Ich lerne Deutsch. Nummer 15.569 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gestern sind wir hier angekommen, heute wollen wir die Umgebung unseres Hotels erkunden. In der Kochkunst ist die Planung von Geschmackskombinationen der Schlüssel zu köstlichen Gerichten. Am Wochenende sind wir bei Papa. Unter der Woche hat er keine Zeit für uns. Am Wochenende sind wir bei Papa. Unter der Woche hat er keine Zeit für uns. Am Wochenende sind wir bei Papa. Unter der Woche hat er keine Zeit für uns. Sabrina hat richtig gehandelt, als sie das Angebot angenommen hat. Sabrina hat richtig gehandelt, als sie das Angebot angenommen hat. Später hat sie viel Geld damit verdient. Der Gedanke an ein sauberes Schlafzimmer entspannt mich. Der Gedanke an ein sauberes Schlafzimmer entspannt mich. Unsere Methode setzt auf Kommunikation. Du wirst überrascht sein, wie schnell du vorankommst. Du wirst überrascht sein, wie schnell du vorankommst. Willkommen beim Deutsch lernen. Unser Angebot umfasst Texte, Bilder und einfache Sätze. Ideal für Anfänger. Willkommen beim Deutsch lernen. Unser Angebot umfasst Texte, Bilder und einfache Sätze. Ideal für Anfänger. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Als nächstes Angebot umfasst Texte und ein Funkspruch.